Was ist das? Luft! Das ist eine Sackgasse! Simon, nach oben! Öffne ein Portal nach Russ! Yes! Wir stehen vor der größten Bedrohung, die die Welt je gesehen hat. Sie bringt unsere Leute um. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Was will uns dieses Mal töten? So ziemlich alles. Jetzt! Ihre Magie ist auf einem ganz anderen Level. Wir haben keine Chance. Wie sollen wir sie besiegen? Ich habe eine Idee. Ich kann den Toten fünf Fragen stellen, bevor sie wieder tot sind. Perlomon Tergatis. Vielleicht spreche ich es falsch aus. Ich geht's. Großartig! Bist du im Kampf gefallen? Toll! Vier Fragen noch, ja? Nein, 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 das war nicht für dich. Zählte das als Frage? Verdammt! Du antwortest nur, wenn du gefragt wirst. Alles klar? Ja. Warum fragst du denn, ob alles klar ist? Hab ich nicht. Fantastisch. Wo ist die Schaufel? Oh! Was? aro